Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Ausgabe 4 von Warhammer 40.000 Conquest der Sammelserie von Hachette und Games Workshop Wir haben beim Auspacken der zweiten Lieferung gesehen dass die Ausgabe 4 dort enthalten ist Das Ganze ist ein wenig in gelb gehalten und wir sehen hier die 6 Boxwalker die dem Paket enthalten sind Wie gesagt in dieser Ausgabe geht es um die Boxwalker die Bemalung von Haut und Fleisch sowie Kampf mit Trupps Blättern wir mal um Hier sehen wir wiederum eine kleine Geschichte worum es hier in dem Heft geht Ein paar weitere Angaben zu Hachette genauso wie auch Games Workshop Dann sehen wir hier wie denn tatsächlich die einzelnen Blätter abzuheften sind Dann sehen wir in der Übersicht einmal die Truppen der Death Guard und zwar die Boxwalker Hier werden diese noch ein wenig erklärt Und wie es zu diesem Ganzen gekommen ist Dann haben wir hier noch eine kleine Übersicht über die Boxwalker Als nächstes sehen wir eine kleine Legionsgeschichte Hier haben wir verschiedene Farbangaben für die verschiedenen Arten Wir haben die verdorbenen Söhne, die Fruchtbahn Dann haben wir den grässlichen Chor Die Elendsfürsten Apostel der Ansteckung Die nässende Legion Hierfür haben wir jeweils eine kleine Erklärung sowie auch eine Angabe wie denn die Farben sind beziehungsweise wie diese zu verwenden sind Dann haben wir hier eine allgemeine Bauanleitung zu den Boxwalkern wiederum wichtig der sichere Umgang mit dem Seitenschneider Dann haben wir eine genauere Bauanleitung der sechs Boxwalker Hier wird dann jeweils aufgeteilt welches Bauteil denn zu welchem Boxwalker gehört Dann haben wir die Bemalanleitung Hier werden wir in dieser Ausgabe die Farben, die bereits geliefert worden sind verwenden und zwar allesamt das Abandon Black Lead Belcher Buckman's Glow welches dieser Ausgabe beiliegt da kommen wir gleich nochmal zu Dann das Death Guard Green Makrak Blue und Retributor Armor Hier wird uns nochmal wieder ein Umgang mit dem Wasser beschrieben Ja und dann geht es wieder los Wir bemalen die komplette Figur erst einmal mit Death Guard Green Dann einige Hautflächen mit Buckman's Glow Genauso wie auch Tentakeln So ist es laut Bauanleitung vorgesehen Ich weiß viele oder einige von euch werden auch ein anderes Farbschema wählen Wie gesagt, wir werden uns an diese Bemalanleitung halten Dann werden Bereiche mit Abandon Black bemalt sowie Taschen, Griff zum Beispiel von den Waffen und einige weitere Details Dann werden Details ergänzt mit Lead Belcher Also einer silbrigen Farbe Und dann kommen noch die beiden weiteren Farben noch in Gebrauch Zum einen Retributor Armor und das Macrak Blue Macrak Blue wird hier verwendet für einige Kleidungsstücke die den ganzen Figuren beiliegen Wie gesagt, bei den Death Guard handelt es sich ja teilweise um durch die Pest verwandelte So nenne ich es jetzt zumindest einfach mal Space Marines Dementsprechend teilweise auch noch Überreste der blauen Kleidung Dann haben wir im nächsten Bemalschritt auch noch eine Erweiterung bei den Intercessors Hier verwenden wir das Buckman's Glow auch für den Sergeant Genau Das Wort fiel mir gerade nicht ein Genauso wie auch bei den Revers für das Gesicht des Sergeants Denn diese sind nicht mit Helm dargestellt Und insofern haben wir dort halt noch die Gesichtsfarbe Weiterhin haben wir bei den Plug Marines dann eben auch noch einige Bereiche die mit Buckman's Glow dargestellt werden Hier beispielhaft An Repugnus Alle weiteren Figuren müssen dementsprechend auch noch nachgearbeitet werden mit den Farben Hier wie gesagt haben wir auch wieder Gesichtsteile Wir haben hier den Bereich Ja im Bauchpanzer wo die Zähne rauskommen Wir haben hier auch noch einige Tentakeln Diese werden laut dieser Bauanleitung entsprechend in Buckman's Glow bemalt Dann haben wir Kampf Einige Tipps zum Oder nicht Tipps Sondern ja allgemein Regeln Kampf mit Trupps Was man benötigt Eine kleine Erklärung Was wir hier haben Hier sehen wir einmal Wie das Ganze dann auf dem bereits gelieferten Spielfeld aussehen könnte Dann haben wir hier noch ein Regelupdate Zu einigen Figuren Dann haben wir hier noch einmal Angaben Zu Einheiten in der Fernkampfphase Wie sich das Ganze verhält Dann das Ganze noch einmal Für die normale Angriffsphase Dann auch noch mal Für den Nahkampf Und zu guter Letzt Haben wir dann Auch noch einmal Eine Schlacht Kampf um den Kreuzer Wie wir denn Dieses aufzubauen haben Und wie denn das Ganze abläuft Dann liegt dem Ganzen bei Eine Werbung Die sehr doll spiegelt Für den Ordner Inklusive Der Trennblätter Wenn man aufs Wort guckt Fällt es einem auch nicht ein Ja Dieser Ordner Ist halt jetzt Mit Ausgabe 4 erhältlich Oder ab Ausgabe 4 erhältlich Das ist ein kleiner Hinweis Werbung darf natürlich auch nicht fehlen Dementsprechend haben wir am Ende wiederum Abonniere Warhammer 40.000 Conquest Verpasse mit unserem fantastischen Abo Keine Ausgabe von Warhammer 40.000 Conquest Leider muss ich aber auch sagen Es ist dann doch etwas lästig wie dieses Abo geführt wird Dass einige Ausgaben bereits am Kiosk Wenn denn die Kioske die Ausgaben noch haben Erhältlich sind Bevor letztendlich der Abonnent die Ausgaben bekommt Das ist ein wenig lästig Insofern muss ich sagen Also diese Variante des Abos Könnte man noch etwas überarbeiten So dass der Abonnent Tatsächlich am Erscheinungstag Oder zum Erscheinungstag Von Ausgabe Wie in diesem Fall 4 Auch tatsächlich die Ausgaben 4 bis 7 bekommt Und dann zukünftig halt die Ausgaben 8 bis Was ist das jetzt die nächsten 6 Ausgaben Bis 13 müsste das Ganze dann ja sein Tatsächlich zur Erscheinung der Ausgabe 8 Falls das entsprechende Leute sehen Das wäre vielleicht ja mal eine Überlegung Denn so würde sich ein Abo eigentlich Ja eher auszeichnen Als dass ja ich sag mal Nicht Abonnenten die Ausgaben tatsächlich Oder die ersten Ausgaben früher bekommen können Sollte wie gesagt das Ganze noch am Markt erhältlich sein Denn es werden tatsächlich nur wenige noch ausgeliefert Naja Weiterhin wird uns aufgelistet Was wir als Abo Geschenke bekommen Seitenschneider, Kunststoffkleber, Base Layer und Shade Pinsel Diese werden mit einer späteren Ausgabe geliefert Seitenschneider, Kunststoffkleber und Entgrater Lagen ja der ersten Lieferung bei Und die Malhalterung wird auch in einer späteren Lieferung dabei sein Dann haben wir einen kleinen Überblick über Ausgabe 5 und Ausgabe 6 Und auf der Rückseite Wie wir es auch schon aus den anderen Ausgaben gewohnt sind Haben wir auch wiederum das Ganze noch einmal in größer Die Vorschau auf Heft Nummer 5 Leutnant Calcius Ein Exklusivmodell Welches nur der Sammlung beiliegt Und nicht am Markt erhältlich ist Das ist dann der erste Held für die Space Marines Und in Ausgabe 6 Haben wir dann wiederum drei Plug Marines Der Death Guard Hier handelt es sich um die drei Figuren Die auch der Ausgabe 2 beilagen Weil man sich gedacht hat Man möchte lieber, dass der neue Spieler Zwei kleinere Trupps hat Wie gleich eine größere Armee Dementsprechend kann man dem Spieler Auch schneller Zum Beispiel die Variante mit mehreren Trupps beibringen Oder auch erklären Ja, das war einmal das beiliegende Heft Was wir euch jetzt gezeigt haben Dann haben wir ebenfalls enthalten Sechs der kleinen Standard Bases Und natürlich auch den Spritzling Für die Plug Marines Ich hole den jetzt gleich mal ein wenig dichter ran Auch hier sehen wir wieder eine hervorragende Detailgenauigkeit Der einzelnen Figuren Hoher Detailgrad Wenig Anspritzpunkte Auch wirklich da, wo man sie vernünftig entfernen kann Wir haben wiederum auch hier Keine Fischhaut Wir haben minimale Grate Die der Formtrennung geschuldet sind Das lässt sich leider nun mal nicht vermeiden Aber ansonsten, wie wir hier sehen Ein sehr hoher Detailgrad Hierbei handelt es sich jetzt auch um die Easy-to-Bild-Figuren Wobei ich wahrscheinlich wieder einige Stellen Ein wenig modifizieren werde Dass diese normal verklebt werden Und nicht einfach nur gesteckt Ja, da haben wir dann den Inhalt der Ausgabe 4 Einmal komplett präsentiert Bis auf natürlich die Farbe Die Farbe, die diesmal beilicht Ist Bugman's Glow Ebenfalls eine Base-Farbe Auch hier haben wir wieder Den Originaltopf Und nicht nur eine Farbprobe Auch das, wie gesagt In dem Abo sehr schön Dass man hier nicht nur kleine Farbtöpfe hat Sondern wirklich Ein Original Farbtopf Hier in dem Fall wiederum 12 Milliliter Ja, ich hoffe Dieser Überblick hat euch wieder einmal Spaß gemacht Falls ja, empfehlt uns gerne weiter Im zweiten Teil werden wir die Poxwalker auch bauen Dann, je nachdem wie lang der zweite Teil wird Wird es eventuell sogar einen dritten Teil geben Wo wir dann die Figuren bemalen Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch Da wir hier ja auch eine neue Farbe dabei haben In der Figuren aus Ausgabe 1, 2 und 3 Bemalt werden Dementsprechend lohnt es sich hier noch Wiederum einen dritten Teil Zur Bemalung zu machen Anstelle gleich ein viel zu langes Video Wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, lasst bitte ein Abo da Dann auch bitte die Glocke anklicken Dann werdet ihr auch informiert Wenn wir neue Videos veröffentlichen Für diejenigen, die noch auf unserem Modellbaukanal sind Wir werden zukünftig unsere Videos aus dem Bereich Tabletop Doch wieder, oder nicht doch wieder Wir werden sie auf unserem neuen Kanal Dem Tabletop Kanal Den wir auch in der Videobeschreibung Des Modellbaukanals verlinken Ansonsten seid ihr ja bereits auf dem richtigen Kanal Es würde mich freuen, wenn Dementsprechend auch die Abonnenten Die auf dem Modellbaukanal dazugekommen sind Auch unseren Tabletop Kanal Abonnieren würden Da wir am überlegen sind Eventuell demnächst Dann komplett mit dem Tabletop umzusteigen Und halt dann die Videos Nicht mehr auf dem Modellbaukanal veröffentlichen Ihr könnt uns ja gerne auch in die Kommentare Die eure Meinung dazu schreiben Es würde mich freuen Euch dann auch als Abonnenten Auf dem Tabletop Kanal wieder zu finden Und damit wünsche ich euch jetzt Viel Spaß beim Sammeln Bauen, Bauen, Bemalen Und Spielen Aus der Reihe Warhammer 40.000 Conquest Und bis zum nächsten Mal